Die Geschichte zum Haus am Bogensee in der Zeit der Nationalsozialisten mit ca. 496 Hektar Grundstücksfläche. Goebbels ließ sich 1936 ein Blockhaus in einer Massivholzkonstruktion direkt am Ufer bauen. Das Haus war eingeschossig und hatte eine Grundfläche von ca. 120 Quadratmetern. In seinen Tagebüchern hat er das Haus als Schmuckkästchen genannt und dass es ein Ort ist, wo er sich ausruhen und arbeiten kann. Er war sehr glücklich und schrieb, es ist dort so romantisch und still. Auch einmal schreibt er, dass es zu Hause unerfreulich ist und er dann zum Bogensee gefahren ist. 1939-40 ließ Goebbels am Bogensee eine Villa, genannt Waldhof, bauen. Die Baukosten betrugen insgesamt 2,3 Millionen Reichsmark, die die Ufer trug. Die Unterhaltskosten wurden ihm auch nicht in Rechnung gestellt, denn das Anwesen wurde als gemeinwohlorientiertes Kulturgemeinschaftshaus eingeordnet. Besonderheit am Waldhof sind die drei elektronisch absenkbaren, bodentiefen Fenster, die auch bei Adolf Hitler am Berghof in Obersalzwerk vorhanden waren. Die Namensgleichheit von Berghof und Waldhof waren kein Zufall. Repräsentativ gab es 30 Privaträume, 40 Dienstzimmer, ein Filmsaal. Am Waldhof wurden viele Reden von Goebbels als Reichspropagandaminister geschrieben, in denen er zu Krieg und Kampf aufrief. Dort am Bogensee wurde die damalige Vorzeigefamilie Eheleute Josef und Magda Goebbels und ihre sechs Kinder in den Medien präsentiert. Der Waldhof hatte ein Hauptgebäude und ein Wirtschaftsgebäude. Der Waldhof war der Zweitwohn- und Dienstsitz und war auch für politische Empfänge und Veranstaltungen bekannt. Zara Leander, Marika Röck, Heinz Rümer und viele weitere bekannte Personen waren hier zu Gast. In den letzten Kriegsjahren zog die Familie Goebbels vollständig nach Bogensee, um den Bombenangriffen in Berlin auszuweichen. Sie ließen sich zum Schutz auch eine eigene Bunkeranlage bauen. Bei unserer Recherche stießen wir auf das Buch von Lida Barowa, eine Autobiografie, mit dem Titel »Die süße Bitterkeit meines Lebens«. Wir haben das Buch gelesen, um die Hintergründe besser zu verstehen und möchten in Auszügen ihre Geschichte wiedergeben. Goebbels und Lida Barowa hatten eine Affäre, die sich insbesondere am Bogensee abspielte. Es gibt auch einen Spielfilm mit dem Titel »Die Geliebte des Teufels« von 2016, der über die Beziehung zwischen Lida Barowa und Goebbels handelt. Lida Barowa wurde 1914 geboren. Eine talentierte junge Schauspielerin aus Tschechien, dort hatte sie für einige Filme gespielt. Die Ufer Film AG, ausgesprochen Universum Film Aktiengesellschaft, entdeckte sie und sie bekam die erste Rolle im Jahre 1934 für den deutschen Film »Barcarole«. Auch in der Hauptrolle war Gustav Fröhlich. Er war ein bekannter deutscher Schauspieler und Lida war schon viele Jahre von ihm angetan. Er war mit einer ungarischen Jüdin verheiratet. Sie fühlte sich aber in Deutschland nicht mehr sicher, wegen dem Antisemitismus und versuchte mit ihrem Mann ins Exil nach Ungarn zu ziehen. Da er aber die Sprache nicht konnte und ihm seine Karriere wichtiger war, zog sie nach Ungarn und er blieb in Deutschland. Es stand also dem Liebesglück von Lida und Gustav nichts im Wege, bis sie auf den Propagandaminister Goebbels traf. Goebbels hatte damals den Ruf weg, der Bock vom Babelsberg zu sein. Die Filmstudios in Potsdam waren, wie heute, noch im Babelsberg und ihm wurden sehr viele Affären zur Schauspielerin nachgesagt. Davor wurde aber Adolf Hitler auf Lida Baruwa beim Filmset aufmerksam. Er war von ihr sehr beeindruckt und lud sie kurze Zeit später in die Reiskanzlei zum Tee ein. Dort erzählte er ihr unter vier Augen, dass sie ihn an jemanden erinnerte und dieses Bild bei ihm auf dem Nachttisch stünde. Sie war sehr unsicher bei diesem Besuch und ging auch bald heim. Zu Hause bei Gustav Fröhlich berichtete sie ihm von allem. Gustav war sehr eifersüchtig und vermutete, dass es um die Erinnerung an seine damalige Liebesbeziehung ging. Es ging um Hitlers Nichte Angela Raubal. Sie war die Tochter von seiner Halbschwester. Sie hatte sich wohl mit 23 Jahren mit der Pistole von Adolf Hitler ins Herz geschossen und starb. Lida sollte Hitler noch einmal zum Tee besuchen. Gustav, den sie Gustl nannte, hatte ihr aber aufgetragen, ihn alle 15 Minuten anzurufen. Hitler fand diese Anrufe störend, aber ließ sie gewähren. Gustav Fröhlich kaufte 1936 eine Villa in Schwanwerder. Schwanwerder ist eine Insel im Berliner Ortsteil Nikolassee und ein gefragtes Wohngebiet. Dort sind fast nur Villen und Einfamilienhäuser. Lida Barowa verbrachte sehr viel Zeit dort, insbesondere zur Zeit der Olympischen Spiele, die 1936 in Berlin stattfanden. Als Goebbels mit seinen zwei kleinen Töchtern spazieren ging, traf er Lida Barowa. Sie unterhielten sich und er berichtete, dass er gerade das Nachbargrundstück als Sommersitz erworben hatte und er sich gerne die Villa von Gustav Fröhlich anschauen möchte. Gustav Fröhlich war erfreut über den Besuch des Ministers und den Plausch. Lida berichtete in ihrem Buch, dass sie durch die Stimme von Goebbels das erste Mal ein leichtes Kribbeln im Rücken verspürte. Gustav Fröhlich lobte wohl später die guten Umgangsformen von Goebbels und Goebbels lud sie auch auf seine Yacht ein. Laut Lida mochte Gustav aber die nationalsozialistischen Machthaber nicht und er wollte diese vielen Einladungen auch nicht. Insbesondere war es ihm zuwider, wie sich die Nazis mit Schauspielerinnen von Film und Theater umgaben, um ihr Leben bunter zu gestalten. Die Beziehung zwischen Lida und Gustav war nicht so harmonisch, wie es nach außen hin wirkte. In dem Buch schrieb sie, dass er sie geschlagen habe. Gustav sagte regelmäßig zu ihr, sie sei keine gute Schauspielerin und sollte lieber kochen und den Haushalt führen. Eines Tages gestand Goebbels seine Gefühle für Lida. Sie wollte darüber erst gar nichts wissen, weil sie damit nicht umzugehen wusste. Goebbels hielt in der damaligen Zeit als Propagandaminister einige wichtige Reden. Er sagte ihr, dass er ihr bei einer seiner Reden ein Zeichen geben möchte. Und zwar wollte er ihr zeigen, dass er an sie dachte, wenn er sich mit einem Tuch über den Mund wischte. Gustav wurde mittlerweile misstrauisch, da Goebbels auch Lida privat anrief und er es mitbekam. Goebbels lud Lida schließlich zu seinem Blockhaus in Lanke ein. Er beschrieb es als sehr hübsch und wollte ihr was auf seinem Flügel vorspielen. Sie beschrieb ihre erste Fahrt dorthin. Sie schilderte, dass es sich um einen kleinen Ort Lanke handelte und ungefähr 20 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen ist. Über einen kleinen Weg fuhr man zum Anwesen und er war mit einem Schlagbaum gesichert. Weiter ging es über einen langen, schmalen Weg durch einen dichten Wald und dann schließlich durch ein großes Tor zum riesigen, eingezäunten Grundstück. Ein Diener war im Blockhaus am kleinen Waldsee auch vor Ort. Das Blockhaus hatte eine große Terrasse. Dort befand sich wohl ein großer Raum mit offenen Kamin, einem Flügel und einer Essecke. Es gab noch eine Küche, ein Schlaf und ein Arbeitszimmer. Sie bewunderte, wie Goebbels ihr vorspielte. Sie erzählte, dass er ein unterhaltsamer Plauderer war und sehr viel lachte. Sie verbrachten dort viele harmonische Stunden. Lida erzählte, dass es auch einen eigenen Schießstand gab und sie dort übte, mit Pfeil und Bogen zu schießen und dass sie manchmal mit dem Ruderboot auf dem kleinen See rausfuhren. Manchmal saßen sie auch dort auf einer Bank, wo ein Futtertrog stand und warteten auf die Rehe, die ohne Scheu das Futter fraßen. Das Blockhaus steht heute nicht mehr. Es kam 2015 zu einem Brandschaden und wurde dann 2019 abgerissen. Nach Lidas Aussage unterhielten sie sich wohl nur wenig über politische Fragen. Sie sagt, sie mochte sich damals noch kein präzises Urteil über Deutschland bilden. Die damalige Presse hat auch ein paar Zahlen in Zeitschriften verfasst und Lida wurde als Freundin des Propagandaministers genannt. Es gab Gerüchte, dass Gustav Fröhlich Josef Goebbels aus Eifersucht eine Ohrfeige gegeben haben soll. So war es nicht ganz. Doch Gustav schrie Goebbels aus Eifersucht an und trennte sich dann von Lida. Sie wendete sich nun Goebbels voll zu und vertraute ihm. Er gestand ihr seine große Liebe. Sie sei die Frau, die er so liebt, wie noch keine andere. Lida war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Auch wenn sie manchmal daran dachte, dass er Kinder hatte. Sie verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Im Theater, in der Oper, bei Spazierfahrten oder auch in Lanke am Bogensee. Sie beschreibt Goebbels als besonders geistreich und sarkastisch und er sei wohl der intellektuellste bei den führenden Nazis gewesen. Er sagte zu ihr, er würde sich umbringen, wenn jemand die beiden auseinander bringen wollte. Er nannte sie immer Lidushka und wollte mit ihr verschwinden. Er fragte sie, ob sie mit ihm nach Japan kommen würde. Er wollte seinen Ministerposten hinschmeißen und so die Scheidung von seiner Ehefrau Magda durchbekommen. Goebbels galt mit seiner Ehefrau und den blonden Kindern als Vorzeigefamilie in Deutschland. Lida hatte Chancen, nach Hollywood als Schauspielerin zu gehen. Sie schlug diese aber aus und bereute es bis ins späte Alter. Lida schreibt, dass Goebbels sich geändert habe. Er war nicht mehr so charmant zu ihr. Der Rivale Gustav war ja ausgeschaltet. Er befahl ihr regelmäßig, zu ihm nach Lanke zu fahren. Sie war müde, hatte viele Termine für Film- und Fotoarbeiten. Im Winter, im Schnee war die Fahrt anstrengend, doch das interessierte ihn nicht. Das müsste so 1937 gewesen sein. Im Sommer 1938 gab sie Goebbels vor anderen Anwesenden, wie beispielsweise Max Schmieling, ein deutscher Schwergewichtsboxer, Widerworte. Es ging um die Tschechoslowakei, die sich dem Deutschen Reich anschließen sollte. Das gefiel ihr nicht und ihm wiederum nicht ihre Widerworte. Er befahl ihr, sofort nach Hause zu gehen und sie fügte sich. Eines Tages rief er wieder unter dem Pseudonym Herr Müller an, welches er häufig benutzte. Er gestand ihr, dass er seiner Ehefrau Magda Goebbels die Affäre zu ihr gebeichtet habe. Später bat Magda um ein persönliches Treffen. Magda empfing sie wohl leicht angetrunken und Lida bot an, Deutschland zu verlassen. Aber Magda Goebbels wollte davon nichts hören. Sie sagte, dass Goebbels dann sie verlassen würde, weil er ohne Lida nicht leben kann und sie müssten ihnen nun beide dienen. Magda schlug ein Arrangement zu dritt vor, damit Josef Goebbels weiterhin unbeschadet sein Amt führen kann. Sie wollte aber das Versprechen, dass Lida kein Kind von ihm bekommt. Magda betonte, dass Goebbels ein bedeutender Mann ist und eine große Aufgabe zu erfüllen hat. Die Eheleute Goebbels und auch Lida stimmten zu und Goebbels beschenkte die Frauen mit Schmuck. Das ging nicht lange gut. Der Magda Goebbels ging kurze Zeit später zu Adolf Hitler und beschwerte sich über die Situation. Adolf Hitlers Einfluss lässt sich sehr gut an diesem Vorgang erkennen. Goebbels wurde zu Hitler bestellt, danach rief er Lida an und weinte. Schluchzend berichtet Josef Goebbels ihr, dass Hitler gebrüllt hatte. Goebbels musste ihm das Ehrenwort geben, dass er sich nicht mehr mit Lida treffe. Er verteidigte sich vor ihm und meinte, dass sein Liebesleben sein Privatleben sei. Er versprach ihr noch, dass er sie nicht verlassen würde. Doch es sollte nicht so weitergehen, ihr wurde letztendlich ein öffentliches Auftrittsverbot und ein Verbot an Film- oder Theaterstücken teilzunehmen auferlegt. Außerdem durfte sie fortan weder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen noch das Deutsche Reich verlassen. Die Tage von Ruhm und des Erfolgs waren für Lida vorbei. All ihre Filme wurden verboten. Auf der letzten Filmpremiere wurde sie ausgebot und beschimpft. Auch Hollywood wollte sie nicht mehr. Ihr Name durfte in der Presse nicht mehr erwähnt werden. Goebbels konnte sich nicht mehr melden. Er hatte auch Feinde in den eigenen Reihen und die warteten nur auf den Bruch seines Ehrenwortes. Lida wurde außerdem von der Gestapo überwacht. Sie flüchtete eines Nachts Anfang 1939 mit dem Auto über die Grenze nach Prag in die Villa ihrer Eltern. Doch auch in ihrem Heimatland hörten die Unannehmlichkeiten nicht auf. Sie wurde beschattet, da sie weiterhin auf einer schwarzen Liste stand. Lida drehte bald mit ihrer Schwester Zorka, die auch Schauspielerin war, in Prag, das mittlerweile von Deutschland besetzt war, einen Film und es machte ihr großen Spaß. Sie war wieder erfolgreich. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Einmarsch nach Polen. 1941 reiste Lida wieder nach Berlin, um einen Film zu synchronisieren. Sie war wohl in ständiger Unruhe, weil sie immer mit eingreifenden Nazis rechnete. In ihrer Heimat Prag hörte sie von dem Termin, dass Goebbels sich die Barandorf-Studios ansehen möchte. Es wurde ihr geraten, Prag in dieser Zeit zu verlassen, um ihm nicht zu begegnen. Das tat sie und weiter hörte sie nichts von ihm. Doch auch in Prag wurde später ihr Mitwirken im Film verboten. Sie sagte, Goebbels habe ihr Leben ruiniert. Sie wurde nun auch von Kollegen und tschechischen Filmen gemieden. Man merkte, dass der Kontakt zu Lida schaden würde. Sie betonte immer wieder, dass die Politik sie nicht interessierte. Sie bekam ein Angebot, nach Italien zu fahren und dort in einem Film mitzuspielen. Sie nahm das Angebot an und fuhr mit ihrer Schwester Zorka nach Rom. Noch einmal traf sie Goebbels. Sie war zu den Filmfestspielen in Rom eingeladen. Sie saßen in der Nähe und ihre Blicke kreuzen sich für einen kurzen Moment. Das war es. Mehr nicht. Sie nannte ihn den Meister in Selbstbeherrschung. Eines Abends erschienen in ihrem Hotelzimmer zwei deutsche Offiziere. Sie musste Italien verlassen und nach Prag zurückkehren. Sie war also wieder in ihrem Heimatland. Dort musste sie, wie viele, in einer Werkstatt arbeiten und aus Lederresten Quadrate kleben. Im März 1945 drang die Rote Armee immer weiter vor und Lida plante ihre dritte Flucht. Denn sie wusste, wenn das Thema Goebbels bekannt würde, wären sie und ihre Liebsten in Gefahr. Sie fuhr mit ihrem Auto bis nach Traunstein. Dann zog sie weiter zu Hans Albers, einem deutschen Schauspieler und Sänger, der eine Villa in Starnberg in Bayern bewohnte. Und dort wurde sie von amerikanischen Offizieren zum Verhör abgeholt. Dort war ein Major, der sie sehr gut behandelte und in einem Gespräch alles erfahren wollte. Er kam auf das Thema, dass sie zwei Jahre Goebbels Geliebte war. Er fragte sie, wie sie das konnte, ob sie nicht wisse, wie die Juden behandelt wurden. Sie verteidigte sich, da sie keine Ahnung hatte von den Konzentrationslagern, dass sie nur bis 1938 in Deutschland war, denn diese kam erst später. Weitere Tage später wurde sie ins Gefängnis gebracht nach Stadelheim in München. Keiner redete mit ihr und sie wusste nicht, wie es weitergehen wird. Sie wurde wieder zum Major gebracht und dort erfuhr sie, dass Hitler und Goebbels mit seiner Familie Selbstmord begangen haben. Sie kam nach einigen Verhören in ihre Heimat zurück und wurde inhaftiert. Sie hatte zu viel mit Berlin zu tun gehabt, mit deutschen Filmen und mit Goebbels. Ihre Mutter kam sie besuchen. Lidas Vater war erkrankt und sein Fuß musste amputiert werden. Im Herbst 1945 wurde auch ihre Mutter verhört. Lida sollte Schmuck versteckt haben. Die Mutter bekam durch die Aufregung beim Verhör einen Herzinfarkt und starb daran. Weiter im Gefängnis erfuhr sie, dass ihre Schwester Zorka sich das Leben nahm. Lida erfuhr, dass ihre Schwester Zorka nicht mehr als Schauspielerin arbeiten durfte wegen Lidas Vergangenheit. Ab dem Zeitpunkt verlor Zorka den Sinn des Lebens. Zorka sprang aus dem Fenster und erlag ihren Verletzungen. Lida war insgesamt ein halbes Jahr in amerikanischer Gefangenschaft und 18 Monate im Prager Gefängnis. Lida hat später zweimal geheiratet und ist 2000 in Österreich verstorben. Wie es heute um die Villa Bogensee steht und die Geschichte zur FDJ-Kaderschmiede hört ihr im Video Teil 2 Bogensee. Wir wünschen euch alles Gute und bitte den Kanal Graniche abonnieren, liken und fleißig Kommentare schreiben. Wir wünschen euch alles Gute.